Dieses Beispiel ist von Kapitel 12 aus dem Katz, Dreichel und Townsend Chemiebuch. Und ich habe auch die Erlaubnis, das zu verwenden. Also wir haben zwei Liter Wasser in einem offenen Gefäß in deinem Zimmer. Der Raum hat ein Volumen von 4,25 mal 10 hoch 4 Litern. Der Raum ist versiegelt und das Wasser verdampft bei 25 Grad. Bei 25 Grad ist die Dichte von Wasser 0,997 Gramm pro Milliliter. Und der Gasdruck ist 23,8 Millimeter Quecksilbe. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt von diesem Problem. Und dazu müssen wir erstmal drüber nachdenken, was eigentlich der Gasdruck ist. Wir gehen wieder von einem Behälter aus. Und da habe ich jetzt einfach eine bestimmte Menge Wasser drin. Und es sind also diese Wassermoleküle, die sitzen hier in diesem Gefäß drin. Und das Ganze hat also 25 Grad Celsius. Und die hüpfen wie üblich wieder umeinander in ihrer Flüssigkeit. Und hin und wieder kommt es einfach vor, dass ein einzelnes Molekül da raushüpft. Das hat quasi genügend kinetische Energie und kann also der Flüssigkeit entweichen. Und dann dieses und dieses. Und das ist einfach diese ganz normale Verdunstung von Wasser. Aber irgendwann, wenn es dann so ist, wenn genügend von diesen Wassermolekülen verdampft sind, ist es auch so, dass wieder welche zurückkondensieren ins Wasser, in den flüssigen Zustand. Und der Druck, wo das passiert, ist der Gasdruck. Stellt euch einfach vor, je mehr Wassermoleküle verdampfen, umso mehr werden auch wieder kondensieren. Also weil sie ja auch wieder Druck ausüben durch den Dampf und dann gehen die wieder ins Wasser zurück. Und der Druck, wo jetzt eben der flüssige und der dampfförmige Zustand im Gleichgewicht sind, das ist eben 23,8 Millimeter Quecksilber. Das ist der Dampfdruck. Und was wir jetzt wissen wollen, wie viel Wasser verdampfen muss, um uns genau diesen Dampfdruck letztendlich zu geben. Und dann können wir letztendlich über die Dichte des Wassers herausfinden, wie viel Wasser eben, wie eben, wie viel wir da brauchen zum Verdampfen. Also ich schreibe nochmal die Fragestellung hin, wie viele Moleküle von Wasser müssen verdampfen, müssen verdampfen, müssen verdampfen, um uns einen Dampfdruck, um uns den Dampfdruck zu geben. Und der beträgt 23,8 Millimeter Hg. Okay. Und ihr wisst ja, ich mag es gar nicht, da Formeln auswendig zu lernen. Aber habt ihr vielleicht eine Idee, welche Formel in der Chemie hier angewendet werden könnte? Bei welcher Formel geht es um Druck, Volumen? Wir haben ja hier das Volumen. Druck und Volumen hängen ja zusammen. Und wir haben ein bestimmtes Volumen des Raums. Das steht hier oben. 4,25 mal 10,04. Wir kennen auch die Temperatur. 25 Grad Celsius. Und wir brauchen die Anzahl der Moleküle, um uns einfach einen bestimmten Druck zu erzeugen. Also, wo geht es um Druck, Volumen, Anzahl von Molekülen und auch eine Temperatur. Und wir haben das ja schon sehr oft gesehen. Das ist das ideale Gasgesetz. PV ist gleich N, also die Anzahl in Mol von unserem Volumen. und geht zum Beispiel um Wasser, das ist ein ideales Gas durchaus, mal R, das ist die universelle Gaskonstante, mal die Temperatur. Und am Anfang, als ich das sah, dachte ich mir, ah, das ist ja eine ganz bizarre und geheimnisvolle Formel. Aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Also, wenn sich was ändert, ändert sich eben die Anzahl der Moleküle, also N. Das heißt, es rennen einfach mehr Moleküle rum. Oder das Gleiche passiert auch, wenn du die Temperatur erhöhst. Oder, wenn dein Druck gleich bleibt, kann dein Volumen höher werden. Das kann natürlich einfach auch heißen, dass du mehr Moleküle hast oder eine höhere Temperatur bei der gleichen Anzahl von Molekülen. Und du kannst jetzt noch eine ganze Weile damit rumspielen und alles verändern. Aber du wirst dann sehen, das Ganze ist eigentlich keine geheimnisvolle Formel, sondern eigentlich eine der wichtigsten Formeln in der Chemie. Und das R ist einfach nur eine Konstante. Das ist die universelle Gaskonstante. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir alles hier in die richtigen Einheiten bekommen, damit wir das Problem auch ausrechnen können. Fangen wir mal mit dem N an. Wir wollen ja das N rausfinden, die Anzahl der Moleküle Wasser. Die wollen wir rausfinden. Und wenn wir die Anzahl der Moleküle kennen, wissen wir ungefähr auch, kennen wir das, wie schwer die sind und welches Volumen die einnehmen. Als Wasser. Also, jetzt machen wir es so. Wir lösen jetzt nach N auf. Und N ist gleich Druck mal Volumen geteilt durch R, die universelle Gaskonstante, mal T. Okay. Das Schwierigste ist, dass du jetzt, du musst wirklich aufpassen, dass deine Einheiten hier wirklich passen und auch stimmen. Und ich habe das jetzt schon mal gemacht, so in der Vorbereitung, ich habe nachgeschaut. Bei Atmosphären ist die ideale Gaskonstante, es geht ja hier jetzt um den Gasdruck, 23,8 mm Hg, den wollen wir jetzt erstmal in Atmosphären umrechnen. Der Gasdruck Gasdruck hat 23,8 mm Quecksilber 22,8 mm Quecksilber und du kannst jetzt mal in Tabellen nachschauen und da wirst du dann sehen, eine Atmosphäre entspricht 760 mm Hg Wir haben 23,8 und wenn wir also den Gasdruck in Atmosphären hinschreiben wollen, dann holen wir jetzt unseren Taschenrechner raus und tippen ein 23,8 geteilt durch geteilt durch 760 Wir haben 3,3 Ziffern und kommt raus 0,31 Das ergibt 0,031 Atmosphären Das ist unser Gasdruck und also das ist das hier rechts drüben unser P hier rechts drüben von unserem Wasserdampf im dampfförmigen Zustand und wenn jetzt wenn mehr Wassermoleküle verdampfen würden, dann hätten wir einen höheren Dampfdruck aber dafür würden dann auch wieder mehr kondensieren und zurück dann ins Wasser eben zurück fließen Und du musst dir einfach so vorstellen es werden nicht mehr Wassermoleküle letztendlich kondensieren und das ist jedenfalls der Druck, wo die im Gleichgewicht sind Also egal wie 0,0,313 Atmosphären mal das Volumen das steht hier oben 4,25 mal 10 hoch 4 Liter Das Ganze teilen wir durch Da müssen wir schauen, dass wir die richtigen Einheiten haben von unserer universellen Gaskonstante Das habe ich schon mal gemacht für euch 0,08 Es geht immer um drei gültige Stellen Und ich mache es jetzt hier nochmal etwas exakter 0,082057 Die Einheiten sind Liter mal Atmosphären geteilt durch Mol mal Kelvin Und das ist sinnvoll Die Liter kürzen sich raus Die Atmosphären kürzen sich raus Und ich multipliziere das Ganze mit Temperatur Dann kürzen sich die Kelvin raus Jetzt habe ich also zweimal Mol im Nenner Und es gibt also Mol dann auch wieder im Zähler Und das ergibt Sinn Weil wir wollen am Ende auch eine Anzahl von N herausbekommen Und am Schluss muss ich jetzt noch die Temperatur einfügen Wir haben also 25 Grad Celsius Du addierst jetzt einfach 273 dazu Und dann kommst du raus mit 298 Grad Kelvin Mal 298 Kelvin Und jetzt müssen wir das Ganze rechnen Dazu holen wir den Taschenrechner raus Wir haben also 0 Wir haben 0,0313 Atmosphären Mal 4,25 Mal 10 hoch 4 Dieses kleine e Das ist nur ein Zeichen für 10 hoch So schaut es bei diesem Taschenrechner einfach nochmal aus Geteilt durch 0,082057 Geteilt durch Ich will es nochmal anders machen Und zwar, damit es für euch klarer wird Und zwar setze ich hier eine Klammer ein Setze ich hier eine Klammer ein Und dann kann ich nämlich multiplizieren hier im Nenner Mal 298 Klammer zu Kommt raus 54,4 Ich habe drei gültige Ziffern Also habe ich 54,4 Mol Die Liter kürzen sich raus Die Kelvin kürzen sich raus Die Atmosphären mit Atmosphären Jetzt habe ich 1 geteilt durch Mol Und das Ganze ist im Nenner Und habe ich also Mol wieder im Zähler Also habe ich 54,4 Mol Von Wasserdampf In dem Raum Um unseren Gasdruck zu erzeugen Wenn also mehr Wenn der Gasdruck sich erhöht Oder wenn mehr Moleküle drin sind Wird er mehr kondensieren Ich werde also niemals mehr als 54,4 Mol Da oben eben haben Als Dampf Wie viel ist das also? 54,4 Mol Moment, ich schreibe es nochmal so hin 54,4 Mol Wasser In seiner In seiner dampförmigen Form Also Wasserdampf Wie ist die Molare Masse Von Wasser Es ist ungefähr 18 Und die genaue Anzahl Ist 18,1 Und ich will heute mal Ganz exakt sein Das exakt rechnen Und 18,1 Gramm Wasser Für jedes Mol Für jedes Molwasser Und Jetzt stelle ich Ihr könnt euch erinnern Die atomare Masse Von Sauerstoff Ist ungefähr Bisschen über 16 Und wir haben zwei Von dem Wasserstoff noch Also sind wir ungefähr Bei 18 Gramm pro Mol Und Also hier Sagt dir das Wie viel Gramm Verdampfen Das wollen wir jetzt ausrechnen Und wir haben also unsere 54,4 Mol Mal 18,01 Gramm pro Mol Das ergibt 979 Wir haben dreigültige Ziffern Also können wir das aufrunden Auf 980 Gibt also 980 Gramm Wasser 980 Gramm Wasser Müssen verdampfen Um unseren Dampfdruck Zu erzeugen Und jetzt schauen wir an Wie viele Milliliter das sind Das haben uns ja Die hier oben schon gesagt Wir haben also 0,997 Gramm pro Milliliter 0,997 Gramm pro Milliliter Oder für jeden Milliliter Könnte man auch sagen Habe ich 0,997 Gramm Von Wasser Von Wasser Bei 25 Grad natürlich immer Also für jeden Milliliter Also für jeden Milliliter Habe ich 0,997 Gramm Und jetzt kürzen sich wieder die Gramm raus Und am Ende müssen wir einfach 980 geteilt auf 0,997 teilen Mache ich einen Taschenrechner 980 Ich will das jetzt hier nicht verdecken Geteilt auf 0,997 Und das ergibt 982 Wir rühren unten das wieder auf Also auf 983 983 Kürze ich ja wieder alles raus So bleibt am Ende Bleiben nur die Milliliter übrig Also Wir haben jetzt also rausgefunden Wenn wir das ideale Gasgesetz hernehmen Dass wir 983 Milliliter Wasser brauchen Um unseren Diesen Gasdruck zu erzeugen 983 Milliliter Gas Ja Wasser wird verdampfen Und danach wird nichts mehr verdampfen Weil wenn ich einen höheren Gasdruck habe Wird wieder mehr Mehr kondensieren Also Du hast einfach Wenn du einen höheren Druck hast Hast du mehr Moleküle Und dieses Volumen von Wasser Verdampft einfach Und wenn ich drüber hinausgehe Über diese 983 Wird einfach wieder mehr kondensieren Dann ist quasi die Luft völlig gesättigt Wenn wir jetzt zu der Frage zurückgehen Wir haben uns also rausgefunden Dass 983 Milliliter Wasser Verdampfen Wir haben aber 2 Liter hier drin Aber nur 983 Milliliter davon Also ein bisschen weniger als die Hälfte Wird verdampfen Etwas mehr Als 1000 Milliliter Das ist also ein Liter Wird verdampfen Wird verdampfen Um unseren Dampfdruck Zu machen Die Frage ist Wird also das ganze Wasser verdampfen? Nein Das ganze Wasser wird nicht verdampfen? Nein Es wird nicht verdampfen Es wird nur Ein bisschen weniger als ein Liter verdampfen Wird schon